Also, ich glaube, ich bin selber drauf. Ich glaube, ich bin selber drauf. Ich glaube, ich bin selber drauf. Und die zweite ist die Rheineck bei Bad Rheinweg, wo der Gottschalk gewohnt hat. Nee, nee, das ist wieder ein anderes. Die ist aber auch zu verkaufen. Die ist auch zu verkaufen. Ja. Die hatte doch der Solarfritz reingekauft. Ja, dann ist sie halt nicht mehr zu verkaufen.